Wir waren lang nicht mehr in Timber Champions. Ich glaube, wir haben letztes Mal in der Atlantis-Welt hier aufgehört. Und naja, seitdem gab es 20.000 Updates und es gibt auch ein Winter-Event. Das ist das, was ich weiß. Und hier ist ein Kalender. Oh, Advents-Türchen. Oh, ich will ersten Advent. Hier gibt es so viel Free-Stuff. Gibt es ja auch noch Pets. Du hast Süßigkeiten-Ingredient, du hast Süßigkeiten, du hast Kaktus. Was für Ingredients, bro? Oh, 5.000 Schneeflocken bekommen wir for free. Das ist auch nice. Der Baum braucht ewig zum Abbauen für mich, weil ich nicht die besten Echse in dieser Welt habe. Aber dafür werden wir ja das Christmas-Event direkt mal aushelfen. Ah, da. Da ist ein Weihnachtsmann. Da geht es zum Christmas-Event. Rein in die Welt. Oh, das ist cool. Okay, wir bauen hier erstmal so einen Baum ab und wir machen pro Schlag 1,56789 irgendwas schon. Ich habe keine Ahnung. Wir bekommen daraus Snowflakes und Gems. Das ist super. Aber da wir sowieso jetzt erstmal 5.000 Snowflakes direkt schon mal haben, holen wir uns, würde ich sagen, holen wir uns bessere Eggs. Einfach mal Pets hier. Was gibt es denn hier? 750, 150.000, 22 Millionen, 799 Robux. Okay, ich glaube, ich hole mir erstmal so ein paar von diesen 750er Snowflake Eggs. Let's go. Zuckerstange, Zuckerstange, Zuckerstange. Und was haben wir noch? Oh, Penguin-Geschenk. Episch. Sehr schön. 5-prozentiges Pet. Wie stark ist das denn? Mal 50. Warte, das sind meine anderen Pets besser. Aber die haben mal 4 Snowflakes. Okay. Dann wenigstens das. Oh, jetzt bekommen wir schon mit einem Tick 203 Snowflakes. Das ist schon mal ein bisschen besser als am Anfang. Da waren es irgendwie 40 oder so. Das heißt, wir können uns in regulären Abständen schon mal das erste Egg holen. Aber das zweite wird noch ein bisschen schwer. 150.000 an Snowflakes oder was das war. Das kann ein kleines bisschen dauern. Was ist das? Weihnachtsquartiere ST. Okay, das sind ein paar Quests. 50 Bäume zu stören für ein paar Snowflakes. So, hier sind Äxte. Genau die habe ich gesucht. Wie viele Schneeflocken muss ich dafür ausgeben? Oh, gar nicht so viel. 1.000 für einen achtfachen Christmas-Schaden. Das will ich haben, weil jetzt gehen die Bäume um einiges schneller kaputt. 11 Schaden pro Schlag. Was ist das hier für ein Baum? Das ist ein ganz besonderer, glaube ich. Gibt es hier besonders viele Snowflakes? Ich hoffe doch. Oh, 600 Snowflakes pro Tick. Und auch noch ein paar Gems. Immer gut, dass ich mir auch irgendwann vielleicht mal einen T-D-Pack kaufen kann. Benutzt doch Boost. Oh mein Gott, bist du schlau. Natürlich muss ich Boosts benutzen. Hier, Double Coins, Double Damage. Aber wir haben hier, ich sehe es gerade, ein Exclusive-Gift. 250 Robux für ein Gift und da gibt es, keine Ahnung, eine Pyramide. Warum gibt es eine Pyramide an Weihnachten? Und es wird Zeit für Hedging. Rudolf Selten. Wichtig. Oh, B-Bienen-Stockkranz. Legendär, wir haben das legendäre Pet bekommen. 250 um mal 25 an Christmas-Währung, Schneeflocken-Zeug-Dings. Ihr wisst schon. Jetzt geht es schon wieder ein bisschen mehr ab mit unseren Pets, glaube ich. Jetzt können die Schneeflocken, oh mein Gott, fast 25 schaden. Und 2670 aus einem Baum. Ja, eigentlich könnten wir jetzt schon auf das zweite Egg gehen. Das hat ein bisschen mehr als 100k gekostet. Ich glaube, das können wir machen. Zuerst die Axt oder die Pets kaufen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde am Anfang eine bessere Axt kaufen. Vielleicht sogar zwei. Und ich hole mir jetzt auch die 50k-Axt. Dann kann ich Bäume instant one hüten. Aber ich glaube, ab irgendeinem Punkt sind Pets wahrscheinlich einfach wichtiger, weil du damit mehr von diesen Schneeflocken dir überhaupt mal holen kannst. So, jetzt geben wir mal das zweite Egg und geben mir jetzt mal das beste Pad da draus. Komm, sehr schön. So eine Schneekugel und Snowglobe Paul haben wir bekommen. Der hat schon mal 100. Für das schlechteste Pad ist es gar nicht so schlecht. Und auch mal 15 an Schneeflocken. Das ist auch sehr, sehr stabil. Ich glaube, dann wird es aber tatsächlich schon Zeit für die zweite Welt. Ich habe ganz vergessen, dass die auch neu existiert. Die ist sehr wichtig sogar, weil wir jetzt hier schon die Bäume one hüten und unser volles Potenzial einfach nicht ausschöpfen. So, reicht das? Yes, 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 120k. Ab für die zweite Welt rein da. Was haben wir hier? Hier haben wir neue Exe. Es wird Zeit. Wie kostet da eine? Oh, 280.000 und die macht 100 Christmuss-Schaden. Das ist stabil. 12.000.000, 45.000.000. Aber die macht dann auch schon über 1.000 Schaden. Und hier haben wir jetzt Weihnachts-Upgrades. Und die kosten ziemlich viel Geld. 4,2 Trillion. Aber es ist ein weiterer Pet-Equip. Das ist schon cool. Ich sehe, es geht an. Oh Gott, wir machen fast 100 Schaden. Aber die Bäume haben ja auch 800 Durability. Aber trotzdem bekommen wir viel Cash daraus. Das ist stark. 150 für Rescended. Für die nächste Welt. Und das ist dann auch schon die dritte von drei Welten. Also die Weihnachtswelt ist bisher noch nicht so groß. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr dazu. Aber sie ist cool. Auf alle Fälle. Und das ist ein Riesenbaum. 5.500 ist ganz stabil. Da kann ich mir schon so ein Ei öffnen. Ne, so ein Ei kann ich mir noch nicht gönnen. Dann müssen wir weitere von diesen 150k Eggs öffnen. Und vielleicht gleich mal eine bessere Axt holen. Weil wir haben nicht mehr so lange Ultra Lucky. Und Eistar. Selten. Das sah cooler aus, als es war. Und der Eistar hat auch mal 20 an Schneeflocken. Das ist verdammt stabil. So, soll ich mir jetzt eine bessere Axt holen? Für 12 Millionen. Oder? Bessere Pets. Ich glaube, ich hole mir die Axt erst mal. Okay. 1000 Schaden pro Schlag. Ja, jetzt geht es wieder ab. Ich glaube, das macht sogar mehr Sinn. Weil ich jetzt aktiv mehr Schneeflocken bekomme, als wenn ich bessere Pets hätte. Warte, da ist ein Weihnachtsbaum gefüllt mit Geschenken. 25.000 Durability hat er. Da müssen wir ein paar Mal draufschlagen. Let's go. 2,7 Millionen. Ich glaube, das reicht jetzt, dass ich mir eines von diesen besseren Eggs holen kann. Also von den zweitbesten Eggs im Spiel. Soll das sein, glaube ich. Ah, nee. 22 Millionen. Okay, nevermind. Oh, warte. Ich kann mir jetzt schon Weihnachts-Upgrades, glaube ich, kaufen. Die billigsten zumindest schon mal. Schadensmultiplikator ist wichtig. Glücksmultiplikator. 150 Millionen sind dann die zweiten. Okay. Und den Rest kann ich mir noch nicht ganz leisten. Aber ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht. So ein bisschen Schadensmultiplikator. Die kleinen Bäume machen wir mittlerweile schon in One-Hit. Und da machen wir jetzt auch schon. Aber das sind 200 Schaden mehr, als, glaube ich, sogar schon gewesen. Und Luck-Multiplikator kann ich auch gebrauchen. Jetzt aber. Let's go. Komm. Wir öffnen ein Egg. Und es muss was Gutes werden. Es muss. Geschenkhydra. Episch. Stark. Fünfprozentiges Bett. Ist überhaupt nicht schlecht. Wie stark ist das? Wie stark ist das? 400.000. Und mal 120. Ja, Mann. Genau das wollen wir haben. Das ist echt nice. Das gibt uns jetzt nochmal so viel mehr Schneeflocken auf alle Fälle. Gingerbread. Ungewöhnlich. Wie gut bist du? 110.000. Warte. Mir fällt gerade auf, da steht 110.000 dabei. Bei den anderen stehen nur 210. Ich dachte, das ist gerade schlechter. Das ist Snowglobe, Paul. Aber der ist einfach das 500-fache so gut. Oh. Oh, warte. Ich kann mir schon diese Kristallaxe hier leisten. 1.250 Christmas-Schaden. Stabil? Oh, ja. Die gönnt. Sehr, sehr gut. Oh, ja. Two Hits auf diesen riesen Bäumen. Und wenn wir den Kombo haben, dann einfach gleich One-Hit. Ey, es flüht da. Lass mal, lass mal traden, Bro. Willst du auch mal deine Free-Gifts einsammeln? Nee, eigentlich nicht. Oh, hier Free-Gifts. Oh, was ist das für ein Patent? Bogen-Noise. Das ist ein Secret-Pets. 16,3 Millionen. Depperminze? Das haben die auch für Enchantments, Bro. Irgendeine Rakete 2, Gems 2, Coins 3. Wie stark. 16,3 Millionen. Es existiert davon 300 Stück. Und es ist ein Secret-Bogen-Noise-Pets. Mit doppelt Schaden-Enchantment. So, das behalte ich jetzt. Das ist jetzt meins. Gescamt. Und auch die Depperminzen sind jetzt meine. Die haben aber keinen Weihnachts-Boost. Oh doch, die Depperminzen schon. Oh, das sind die Mythic-Pets aus dem Ei hier, oder was? Oh, das ist das 0,0112-prozentige Pet. Okay, das ist krass. Gescamt. Gescamt. Haha. Gescamt. Ach, ich bekomme eine Trailer-Anfrage. Pff, wir müssen hier erstmal ein bisschen farmen. Wir müssen in die neuen Welten kommen hier ganz kurz. Boah, pro Baum einfach 50 Millionen oder so. Insane. Das ist wirklich verdammt viel. Oh, ich habe genug Coins. Wir gehen in die pre-gesendete Welt. Und hier haben wir einfach mal, wir haben einfach Weihnachtstannen mit Weihnachtsmützen. Let's go. Und die haben 200.000 an Durability. Aber dafür geben die hoffentlich einiges an Coins noch ab. Und was ist das hier? Das ist hier noch so ein Geschenk, so ein Boss-Geschenk. Aber ganz ehrlich, wer juckt sich für das Geschenk? Ich will hier nur eine bessere Axt haben. 10.000 Christmas-Schaden. Dann gehen wir jetzt hier hin und bam, bam, bam. Wir haben nicht mal mehr Boost. Wir haben kein Double Coin, kein Damage oder so. Und trotzdem, easy mal 3 Milliarden an Snowflakes, Leute.